Ich heisse Stefan Durer, ich arbeite als Lean Manager bei Halba, eine Division der Coop-Genossenschaft im Bereich Schokolade. Als Lean Manager bin ich dafür zuständig, Verschwendung und Food Waste zu reduzieren und Prozesse in der Schokoladenherstellung zu optimieren. Themen wie Reduktion von Food Waste und Effizienzsteigerungen begleiten mich dabei täglich. Für Lebensmittel habe ich mich schon immer interessiert. Deshalb habe ich ursprünglich eine Lehre als Koch gemacht. Weil ich dann aber mehr über Lebensmittel und Getränke und deren Herstellung erfahren wollte, habe ich mich für ein Studium in Lebensmitteltechnologie an der ZHAW in Wedenswil entschieden. Der praxisnahe Unterricht im Studium hat mir sehr gefallen. Ein besonderes Highlight für mich waren die Semester- und Bachelorarbeiten, an denen ich fundiertes Wissen im Projektmanagement aneignen konnte. Als Lean Manager arbeite ich projektbasiert mit wechselnden Teams. Die Zusammenarbeit mit dem Produktionspersonal schätze ich dabei sehr. Gerade für die Mitarbeitenden ist es motivierend, dass sie ihr Know-how und ihre Ideen direkt in den Verbesserungsprozess einfließen lassen können. Das Studium hat mich optimal vorbereitet, um mir ermöglicht, ein umfassendes Netzwerk in der Lebensmittelindustrie aufzubauen, welches mich bei der Jobsuche unterstützt hat. Module wie Lebensmittel, Mikrobiologie und Chemie haben mir ein gutes Verständnis über Lebensmittel gegeben. Stark profitiere ich zudem von Modulen wie Verfahrens- und Lebensmitteltechnologie und Factory Management. Das Studium hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich möchte es all denjenigen empfehlen, die sich vertieft für Lebensmittel und deren Verarbeitungsprozesse interessieren oder im Managementbereich tätig sein möchten. Der hohe Praxisanteil und die coole Lage zwischen See und Bergen war perfekt für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017